Welcher Stuhl ist denn jetzt der richtige Campingstuhl für mich? Wenn ihr vor dem selben Problem steht, dann hilft euch vielleicht dieses Video. Hallo und ein herzliches Willkommen bei einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute dreht sich alles um den Stuhl. Also nicht genau um den Stuhl, um den geht es auch. Heute geht es um ganz viele Stühle, denn ich suche den Stuhl schlechthin. Das bedeutet, eigentlich ist das Ganze aus einem anderen Video entstanden. Ich habe nämlich mal ein Video gedreht über meine ganzen Accessoires, die ich immer so im Außenbereich dabei habe. Wer den noch nicht kennt, ich blende den hier oben mal ein. Und zu den Accessoires für den Außenbereich gehören natürlich auch die richtigen Stühle. Und ganz zum Ende des Videos sagte ich dann, ich kann euch da leider nicht wirklich Stühle empfehlen, weil ich die für mich optimal noch nicht gefunden habe. Und habe dann quasi, einfach weil es so aus mir rausgespudelt ist, einen Aufruf gestartet und gesagt, hey, wenn ihr einen coolen Stuhl habt, dann schreibt es mir. Ja und das ist dann passiert. Ich habe über 418 Nachrichten von euch bekommen. Nicht nur in den Kommentaren von YouTube, sondern auch über Instagram. Ich habe es bekommen über Facebook, über meine E-Mail natürlich. Also ihr wart ja so fleißig und das war echt Wahnsinn. Das hat mich richtig überfordert. Ich saß nächtelang am Rechner, habe mir die Modelle angeschaut, habe recherchiert. Es war wirklich Hammer. Also ich war da total überwältigt von. Teilweise auch ein bisschen überfordert. Ich habe euch noch gar nicht allen antworten können, weil es einfach so viel war. Und deswegen an der Stelle für alle nochmal, die mir da ihre Tipps geschrieben haben, herzlichen Dank, das war wirklich toll und es hat mich definitiv einen Schritt weitergebracht zu dem Stuhl, in den ich mich verlieben möchte. Und genau darum geht es heute. Und das Thema ist aber ganz, ganz schwierig, denn ich finde ein Campingstuhl ist genauso schwierig zu definieren, was ist da der Beste wie das passende Wohnmobil. Jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Reisen, jeder verlebt den Urlaub einfach anders und dementsprechend sind die Ansprüche an ein Wohnmobil, aber eben auch an so einen Campingstuhl komplett unterschiedlich. Und deswegen will ich euch nicht nur die Stühle zeigen, sondern euch natürlich auch nur sagen, auf was ich Wert lege. Daher habe ich diesen Film wie immer in verschiedene Kapiteln unterteilt. Im ersten Kapitel erkläre ich euch mal, welche Ansprüche ich an einen Campingstuhl habe. Danach stelle ich euch die einzelnen Modelle vor, die für mich jetzt so in die engere Auswahl kamen. Und zu guter Letzt in Punkt 3 gibt es dann mein Ergebnis. Welchen Stuhl werde ich mit auf Reisen nehmen und welche Tipps habe ich für euch in puncto der perfekte Campingstuhl. Und damit ich euch nicht länger auf die Folterspanne fangen wir an. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und ich hoffe, dass immer so ein kleiner Vibe mitschwingt und zwar an Dankbarkeit, weil ohne euch wäre dieses Video niemals zustande gekommen. Jetzt aber zu Punkt 1, welche Bedürfnisse haben. Kommen wir zu Kapitel 1. Was ist mir wichtig, welche Bedürfnisse habe ich jetzt an so einem Campingstuhl. Und das ist bei mir ganz einfach. Ich habe so, ich sage mal zweieinhalb Hauptbedürfnisse, anhand deren ich am Ende entscheiden werde. Und zwar muss das, und das seht ihr hier schon, es muss in meinen Koffer rumpassen. Ich habe halt einen Kasten und deswegen bin ich da sehr reglementiert, was die Größe des Stuhls betrifft. Und dabei geht es mir nicht nur um die Abmessungen, sondern ganz ekliges Thema auch um die Zuladung, also um das Gewicht. Was kostet der Stuhl im Sinne des Gewichtes, was ich sonst noch mitnehmen könnte. Und da musst du natürlich auch immer überlegen, ich nehme ja nicht nur einen Stuhl mit, sondern wir reisen in der Regel zu dritt. Und deswegen habe ich den Stuhl und damit auch das Gewicht immer mal drei. Das sind also meine persönlichen Bedürfnisse. Und damit ihr das seht, momentan habe ich den Stuhl hier in dieser Ecke, weil ich aktuell einfach diese Stühle habe, die halt super kompakt sind und die passen da mega in die Ecke. Für mich top, weil dann bleibt mir der ganze linke Bereich zum Beladen von Sportutensilien, was man halt sonst so alles so mitschleppt. So, also das ist so das erste ganz wichtige Kriterium. Der zweite Punkt ist, das Ding muss halt bequem sein. Ich will da halt Spaß haben beim Sitzen. Im Sinne von, zum Beispiel Punkt eins, ich will meine Füße hier unten reintun können. Bei manchen Stuhlkonstruktionen kann es dann hier nicht rein. Das mag ich halt einfach nicht. Bin ich piekig, ich weiß. Das nächste ist, da drehe ich mich mal zur Seite. Ich würde ganz gerne den Stuhl in der Neigung verstellen können. Wenn ich da mal gemütlich mein Bierchen trinke, dann will ich da vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen und will den Ausblick genießen. Und dann wäre noch mein dritter Wunsch, dass mein Kopf hier eine Stütze hat, damit ich nach eineinhalb Bier, weil ich dann einschlafe, am nächsten Morgen hier nicht so Schmerzen habe. Ihr wisst, was ich meine. Also mir wäre einfach nur eine Kopfstütze auch noch lieb. Und das ist meine eierlegende Wollmichsau. Ich bin also auf der Suche nahe im Stuhl, der so kompakt ist wie der, weil dafür liebe ich diesen Stuhl, auf dem ich gerade sitze. Aber so komfortabel wie, keine Ahnung was. Der größte Liegestuhl, den man sich nur vorstellen kann. Und bevor wir jetzt lange weiter schmökern, interessiert euch natürlich noch, was ist denn so der halbe Punkt, der mir noch wichtig ist? Naja, das ist natürlich der Preis. Das ist auf die Dauer dann für dich in Ansprüchen nicht so wichtig, aber am Anfang natürlich schon, weil so ein Stuhl kann schon auch eine gewisse Investition sein. Deswegen nur ein halber Punkt, weil ich will da nicht geizig sein. Also ich gebe gerne mal 20 Euro mehr für den Stuhl aus, was aber in Summe bei mir auch schon wieder 60 Euro sind, wenn er halt super bequem ist. Also ich will jetzt nicht primär aufs Geld schauen, aber Preis-Leistung ist am Ende natürlich auch wichtig. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Welche Stühle habe ich jetzt durch euch in meine engere Auswahl gezogen? Dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich packe mal alle meine Schätze aus. Der erste, den seht ihr ja schon. Das sind sie also jetzt die Modelle, die in meiner engeren Auswahl stehen. Und es gibt noch ganz viel mehr Vorschläge von euch. Und das auch gleich mal vorweg, auch ein bisschen zur Transparenz des Filmes. Ich habe noch viel, viel mehr Ideen und Vorschläge von euch auf meiner Webseite, damit ich das einfach übersichtlicher gestalten kann. Warum kann ich die ganzen Stühle jetzt nicht alle auf einmal zeigen? Einmal, weil es einfach viel zu lange dauern würde. Und zweitens, weil ich ungerne Werbesendungen machen möchte. Ich kaufe mir die Sachen wirklich selber. Ich habe da keinen Hersteller angeschrieben. Wer hat davon irgendjemand gesponsert oder irgendwas? Ich habe mir die Sachen selber gekauft. Natürlich habe ich mir vorher schon genau ausgesucht, was könnte mich wirklich interessieren. Die Stühle, die es bei mir nicht schaffen werden, die müssen halt dann auf Ebay verkauft werden. Aber das ist vielleicht noch wichtig, damit ihr versteht, wie ich die Filme so mache. Und deswegen war es mir jetzt natürlich nicht möglich, da extremst viele Stühle zu kaufen. Aber ich glaube, das ist eh schon mal eine richtig gute Auswahl. Und nochmal, das sind halt die Stühle, die so ein bisschen auf meine Bedürfnisse passen, die ich schon im ersten Kapitel angesprochen habe. So und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Stühle einzeln an. Bitteschön. Ja und beginnen möchte ich dieses Spezifikationen-Festival mit dem Bo-Camp. Er hat eine maximale Belastung von 100 Kilogramm, hat eine Rückendänge von 56 Zentimeter, eine Sitzhöhe von 40 Zentimeter, eine Sitztiefe von 43 Zentimeter, eine Breite von 44 Zentimeter und sein wahres Können spielt er natürlich im Packmaß aus. Das liegt bei 55 mal 7 mal 65 Zentimeter, bei einem unfassbaren Gewicht von 2,1 Kilogramm. Der Preis dieses Stuhles liegt bei ca. 25 Euro. Dann schauen wir uns als nächstes den Ontario-Klappstuhl von Outwell an. Er hat eine Belastbarkeit von bis zu 125 Kilogramm. Die Rückenlänge beträgt 67 Zentimeter, die Sitzhöhe 45 Zentimeter, die Sitzbreite liegt bei 48 und die Sitztiefe bei 42 Zentimeter. Die Neigung der Rückenlehne lässt sich in 7 Stufen verstellen. Das Packmaß liegt bei 61 mal 15 mal 90 Zentimeter und das Gewicht liegt bei 4,5 Kilogramm. Im Internet ist dieser Stuhl ab ca. 55 Euro zu bekommen. Der nächste Kandidat nennt sich Roxy. Belastbar ist der Stuhl bis 120 Kilogramm und hat eine Rückenlehne von 47 Zentimeter. Die Sitzhöhe liegt bei 45 Zentimeter, die Sitzfläche bei 51 mal 35 Zentimeter. Das Packmaß liegt bei 96 mal 22 Zentimeter und der Stuhl wiegt dabei 5,5 Kilogramm. Und die Kosten für diesen Stuhl liegen bei knapp 50 Euro. Schauen wir uns jetzt mal die Isabella genauer an. Genauer gesagt den Tor-Klappstuhl. Er hat eine maximale Belastung bis 120 Kilogramm. Die Rückenlänge beträgt 82 Zentimeter. Die Sitzhöhe liegt bei 47 Zentimeter. Die Sitzfläche liegt bei 49 Zentimeter mal 43 Zentimeter. Er ist in 8 Positionen verstellbar. Das Besondere an diesem Stuhl ist das Kopfkissen, das in der Höhe verstellbar ist. Im Packmaß misst der Stuhl 62 mal 13 mal 120 Zentimeter und wiegt dabei 5,5 Kilogramm. Diesen Komfort bekommt man zwischen 80 und 100 Euro im Netz. Schauen wir jetzt mal auf den Crespo, genauer gesagt auf den AL213-40 Kompakt. Dieser hat eine maximale Belastung von 110 Kilogramm. Das Besondere ist die stufenlos einstellbare Kopfstütze. Damit erhält man eine Rückenlehne von 65 bis 83 Zentimeter. Die Sitzhöhe beträgt 43 Zentimeter. Die Sitztiefe 41 und die Sitzbreite 48 Zentimeter. Die Rückenlehne ist in 7 Positionen verstellbar. Im Packmaß misst dieser Stuhl 63,5 mal 6 mal 92 Zentimeter und wiegt dabei 3,85 Kilogramm. Diesen Stuhl bekommt man im Internet für ca. 70 Euro. Und hier sieht man jetzt das Packmaß hervorragend gegenübergestellt, finde ich. Du siehst hier einmal den Zusammenfaltbaren. Du siehst hier den, den ich immer dabei hatte. Der ist natürlich unschlagbar von der Größe her. Hier kommt der Outwell, hier der Crespo und dann ist die Isabella hier wirklich das Dickschiff. Und jetzt würde ich sagen, haben wir die Stühle alle im Detail gesehen und kommen deswegen gleich zum nächsten Punkt. Für was habe ich mich jetzt entschieden? Mein persönliches Fazit. Jetzt also zur Entscheidung. Wer die Wahl hat, der hat die Qual. Und das war hier definitiv gegeben. Ich habe euch ja ganz am Anfang gesagt, welche Kriterien ich habe. Und deswegen fallen diese beiden auch schon mal komplett raus. Warum? Ich kann die Neigung nicht verstellen. Ich finde sie einfach nicht so bequem. Packmaß ist hier gigantisch. Und diese Stühle werde ich auf alle Fälle auch behalten, weil ich finde, das ist der beste Kompromiss. Die kommen noch aus meiner Camperzeit vom VW-Bus und danach vom Marco Polo. Dafür finde ich die genial. Die sind super klein, mega leicht und dafür wirklich echt bequem. Aber wie gesagt, ich war jetzt auf der Suche nach was ein bisschen bequemeren. Also die zwei erstmal auf die Seite. Ja und damit bleiben bei mir nur noch drei übrig. Kommen wir zu dem Outwell. Da muss ich sagen, stelle ich einfach mal den Outwell und den Crespo gegenüber. Und dann wird eigentlich relativ schnell klar, finde ich, dass die dasselbe Packmaß haben. Die haben auch dasselbe Gewicht. Die haben beide verstellbare Rückenlehne, aber das hier macht für mich den Unterschied. Deswegen muss ich hier leider sagen, du kommst leider weg. Ja und jetzt ist es soweit. Wer hat jetzt das Rennen gemacht von diesen beiden Campingstühlen? Wer wird mich in Zukunft auf meinen Touren begleiten und das mit der gesamten Familie? Die Entscheidung fällt mir wahnsinnig einfach und dennoch unfassbar schwer. Warum? Weil dieser Stuhl ein Gedicht ist. Der ist wirklich ein Traum. Der ist so bequem. Also der ist bequem als meine Gartenstühle und ehrlicherweise auch viel bequem als meine Esszimmerstühle zu Hause. Es ist sagenhaft. Der ist wunderbar gepolstert. Und der passt sich. Also für meinen Körper, finde ich, ist der mega. Ich finde den richtig, richtig toll. Muss ich mal schauen, ob ich dahinter gehen kann. Auch dieser Liegekomfort. Also der Stuhl, der hat mich absolut begeistert. Trotzdem wird es bei mir dieser Stuhl. Der Crespo. Und ich bin nicht traurig drüber. Aber ganz einfaches Thema. Ich kriege den nicht in meinen Kofferraum. Also zumindest nicht so, dass ich noch andere Sachen reinkriege, die mir einfach auch wichtig sind auf Reisen. Der ist einfach zusammengeklappt. Leider zu voluminös für mich. Ich würde auch das Gewicht in Kauf nehmen. Aber es geht trotzdem nicht. Er ist einfach zu groß. Aber, und jetzt wird der Crespo ein bisschen traurig sein, weil ich sage, er ist die zweite Wahl. Nein, ist er nicht. Der ist super bequem. Der ist wahnsinnig klein, kompakt, wenn man ihn zusammenfaltet. Also für diesen Komfort im Vergleich. Ich finde, Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Ich weiß auch, dass es den in zig verschiedenen Ausführungen gibt. Und den kannst du dir auch so rauslassen, dass der am Ende sogar annähernd so bequem ist wie dieser hier. Ich blende euch, wie ich das schon gesagt habe, alles dann auf meiner Webseite nochmal ein, dass ihr da eine bessere Überstellung gegenüber habt. Welcher Stuhl ist jetzt wie, wo und wo unterscheiden die sich. Das ist gerade, finde ich persönlich bei den Crespo am Anfang gar nicht so einfach. Aber ganz ehrlich, fahrt wirklich in Camping-Zubehör und probiert es aus. Denn, ich sage es jetzt zum zehnten Mal, es tut mir leid, wenn ich mich da wiederhole, das sind halt meine Bedürfnisse. Und das ist der für mich perfekte Stuhl. Der passt zu meinen Bedürfnissen, die ich habe, um ihn im Auto unterzubringen. Und auf der anderen Seite finde ich ihn mega bequem. Jetzt wisst ihr also Bescheid, welchen Stuhl ich in Zukunft mitnehmen werde. Und ich habe aber noch ein paar Tipps für euch. Ich finde diese kleinen Hocker hier wirklich ideal. Ich habe die gern beim Zelten zum Beispiel dabei. Und die bieten sich hier auch perfekt als Beinauflage an. Und trotzdem kannst du sie auch nochmal, wenn du Kinder hast oder Gäste hast, auch nochmal als zusätzliche Stühle hernehmen. Super klein, passt wirklich gut rein. Ja, und das andere Hockerline, das ich hier noch dabei habe, ist dieser hier. Der kommt direkt von Crespo. Es gibt auch eine Stuhlverlängerung, die war mir aber zu klobig. Ich finde diesen Hocker hier super, weil du ihn eben auch als Hocker verwenden kannst. Aber weil er auch super dazu passt, um als Beinverlängerung zu fungieren. Ja, und damit sind wir mit diesem Video auch am Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, ein bisschen weiterzukommen in eurer Entscheidung. Und wenn es nur daran liegt, dass ihr wisst, worauf er jetzt wert legt, denn das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt so viele Stühle auf dem Markt. Sucht da einfach den für euch Perfekten raus. Ich glaube, ich habe jetzt für uns die Richtigen gefunden. Es wird sich noch zeigen, denn wir werden jetzt die nächsten Wochen mal ein bisschen auf Tour gehen, ein bisschen Urlaub machen. Und da werden wir natürlich nochmal sehen, ob die Stühle wirklich das einhalten, was sie mir jetzt versprechen. Und da werde ich euch natürlich auch nochmal entsprechend Feedback geben. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Hinweise habt. Oder wenn ihr gar Fragen habt, ich versuche dann so schnell wie möglich zu antworten. Wie gesagt, jetzt ist so ein bisschen Urlaubszeit auch für mich. Ich hoffe, ihr gönnt mir das. Und da werde ich nicht immer sofort antworten können, aber ich versuche das wirklich so schnell wie möglich zu machen. Wenn ihr das alles in den Kommentaren hier unten macht, dann ist das für mich am einfachsten. Und dann versuche ich da auch wirklich am schnellsten, darauf zu reagieren. Ansonsten, wenn ihr sagt, das hat mir was gebracht, lasst super gerne ein Like da. Das ist immer eine tolle Bestätigung und Motivation für mich, diese Videos zu drehen und dafür ordentlich zu schwitzen. Und wenn ihr ganz so wild seid, dann kennt ihr das ja. Dann abonniert auch super gerne den Kanal, drückt auf die Glocke, denn dann verpasst ihr kein Video mehr von Fan4Van. Denn selbst wenn Urlaubszeit ist, kommt jeden Montag 18.30 Uhr ein Filmchen. Ich hoffe es zumindest. Und werde daran festhalten, auch in der Urlaubszeit. Und wünsche euch, egal wohin auch immer ihr reist, eine super, bequeme, komfortable, praktikable Reise und kommt gesund und glücklich wieder zurück. Und dann sehen wir uns kommenden Montag 18.30 Uhr. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Alles Gute, euer Markus. Ciao. Nee, ich muss was trinken. Ist der Wahnsinn.